Der Film war super. Gut und witzig. Kurzweilig war es und ich hab sehr viel gelacht. Sehr, sehr lustig und trotzdem irgendwie berührend. Ja. Mann, ihr seid nicht zu alt, ihr seid einfach zu langweilig geworden. Das ist euer Problem. Was ihr dringend braucht, ist mal ein bisschen Spaß. Die Stimmung im ganzen Kino war super. Das war wirklich ein Traum, wirklich. Einfach hammerlustig, emotional. Das war nicht nur einfach lustig ablachen und gut ist, sondern das war wirklich ein Film mit Inhalt. Warum war es dir eigentlich immer so wichtig, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen? Ich hatte da an der Wetter am Laufen. Können wir das einmal ohne Witzel versuchen? Er hatte viel Herz. Ich hab echt einige Tränen, ähm, gelacht. Gelacht. Der Milan Peschel, der war das Beste. Wolltest du zusammen steil gehen? Jetzt nachher. Oh, geht was. Ich spür's an ihrem Knochen. Es waren Emotionen, es war viel Lachen, es war eine rundum tolle Sache. Wieder ein typisch Til Schweiger Film und der hat mir super gut gefallen. Ja x 2 Bis zum nächsten Mal.